Hallo, willkommen an das Multi Uncut schon wieder und das nächste Technik-Videos bzw. PC-Video von heute in diesem Stream und diesmal eine Premiere, denn wir haben noch nicht gehabt IT-Rate. IT-Rate, 218.000 Abonnenten, er macht auch sehr sehr viele Videos in Sachen PC-Technik, ist auch relativ bekannt. Im Moment, warum auch immer, klickmäßig so ein bisschen schwach, keine Ahnung, ob der sich so ein bisschen zurückgezogen hat oder so, wundert mich so ein bisschen. Das Video hier ist vom 12.10, also von heute, hat erst, okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden es online ist, hat aber erst 2000 Aufrufe, also das passt so zu den Abonnenten überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was da so los ist, finde ich ein bisschen schade. Aber so ist es halt, es geht um das Thema, diese Grafikkarte beschädigt sich selbst, ich habe es nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, worum es dann geht. Wir gucken einfach mal rein und wenn es euch gefällt, IT-Rate, bitte abonnieren. Vielen Dank. Dass mich ein Stück Hardware richtig überrascht hat, vor allem, wenn es um negative Erfahrungen geht. Doch vor kurzem hatte ich einen kleinen Zwischenfall mit einer Grafikkarte und das will ich euch nicht vorenthalten. Daher schauen wir uns das Ganze heute mal an und sprechen vielleicht auch allgemein etwas über Qualität. Nach dem Intro und einem kurzen Spot geht's los. Viel Spaß dabei. Eigentlich ein ganz cooles Intro, ne? Moment, ich muss nochmal laufen lassen. Ich mag das ja ganz gerne. Ähm, wenn das nicht so super scharf, sondern ihr wisst, was ich glaube, meine, man sieht es ja gerade, sondern dass so ein kleines bisschen diffus filmisch oder so ist, hat er ganz cool gemacht. Gefällt mir echt gut. Das heutige Video wurde von NZXT und Timbalt sowie Schwab. Es besteht gelieferte Zollgewinn. Anschluss an eurem 5mm stellen und das ist analysiert. Also das ist ja zum Beispiel so eine Sache, ja, ich mache ja auch regelmäßig Werbung, Placements in meinen Videos. Das ist ja ganz normal, weil wir leben ja davon, ne? Das ist unser Job, muss man natürlich ein bisschen Geld verdienen. Aber ich finde so lange Placements direkt am Anfang des Videos kacke. Ich muss es einfach so sagen. Also der Hersteller, die das verlangen, da sage ich immer, Leute, das mache ich nicht. Also so in dem ersten Drittel des Videos oder in der ersten Hälfte ist es in Ordnung. Ne? Und ich mache ja mittlerweile auch Kapitel. Die Werbung wird auf jeden Fall bei mir auch raus. Kapitel, die konnte er einfach überspringen. Kein Ding. Aber so früh schalten, finde ich nicht so geil. Also NZXT, falls ihr das von ihm verlangt habt oder so, blöde, weil dann schalten schon viel zu viele Leute ab. Das ist zu früh. Dieser Sport wurde komplett mit dem NZD. Dere Infos, das ist zusammen mit BeQuiet und zwei Videobeschreibungen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es zusammen mit BeQuiet und zwei anderen YouTubern eine Challenge gab. Übrigens, ich habe ja auch ein BeQuiet-PC zusammengebaut. Ist knapp jetzt ein paar Monate, ja weiß ich nicht, ein Jahr her oder was. Habe ich auch den gleichen Kühler genommen. Sehr, sehr schick, muss ich sagen. Habe ich jetzt aktuell zwar nicht in Gebrauch, aber irgendwie für so einen günstigen Kühler, wenn man so ein weißes Gehäuse hat und zusammenbauen will. Das macht optisch echt eine Menge her. Finde ich cool. Wer den besten PC in Bezug auf Optik, Leistung und Lautstärke für 1700 Euro konfigurieren und bauen kann. Das hier ist die Kiste, mit der ich teil... Also Leute, ohne Witz, das sieht doch geil aus. Das ist ein sehr günstiger Kühler. Dann hier die schönen Kabelsleeves oder so, wirklich vom Feinsten. Was jetzt der Speicher kostet, kann ich jetzt nicht sagen, ob der ein bisschen teurer ist. Aber ich finde, also okay, das Gehäuse optisch gefällt mir jetzt so von außen jetzt nicht so mega. Liegt ja glaube ich auch daran, ich bin gar nicht sicher. Das hier ist das BeQuiet 500er. Hat das... Ach nee, Moment. Nee, das hat keine Austausch bei den Fronten, ne? Das sieht immer so aus. Ich glaube, das ist eher die Perspektive, die es jetzt für meine Augen nicht so geil aussehen lässt. Weil eigentlich mag ich das Gehäuse ganz gerne, muss ich sagen. Aber trotzdem ist es halt Mesh, ne? Und Mesh ist nicht meins. Teilgenommen und sogar gewonnen habe, wobei es tatsächlich einen Gleichstand und somit zwei erste Plätze gab. Die insgesamt drei PCs wurden schlussendlich verlost und ich hoffe, dass ihr alle daran teilgenommen habt. In meinem PC verbaut war die Gainward RTX 3070 Phoenix GS und die hat immerhin stolze 799 Euro gekostet. Die Preise, die tun so weh, ne? Die Preise, die schmerzen unglaublich. Ich habe tatsächlich jetzt heute noch gar nicht die Grafikkartenpreise angeguckt. Ich weiß gar nicht, was sie im Moment kostet. Aber ich glaube, die 3070 geht auf jeden Fall so langsam wieder Richtung 900 Euro oder so, ne? In der aktuellen Situation ist das für eine RTX 3070 durchaus noch in Ordnung. Aber dennoch sind 800 Euro eine Menge Geld und da erwartet man ja irgendwo auch ein vernünftiges Produkt. Echt? Vor Cosmic schreibt geht schon wieder 950 bis 1000 Euro sogar. Das ist Irrsinn. Das ist einfach nur Irrsinn. Aus technischer Sicht hat Gainward hier soweit gut abgeliefert. Da kann man erstmal nicht meckern. Aber schon beim Auspacken der Grafikkarte war ich vom Kühler und der allgemeinen Haptik ziemlich enttäuscht. Denn das hier ist mit Abstand die am billigsten wirkende Grafikkarte, die ich seit langem in der Hand hatte. Zwar gibt es an der Unterseite ein Metallbracket um die Lüfter herum und aus dieser Perspektive sieht die Karte auch ganz gut aus. Also immerhin, wenn er ein Metallbracket sogar drum hat oder so, dann also billigen Eindruck macht das auf mich dann aber eigentlich nicht mehr. Wenn das jetzt alles Kunststoff wäre, ja, weiß ich nicht. Aber lasst mal weiter rein. Aber schaut euch mal diesen Rahmen aus Dünn. Ja, okay, ist nicht der Hit, ne. Aber selbst die teuersten Grafikkarten haben viel, viel, viel Plastik drumherum. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt negativ bewerten würde, wenn ich die Grafikkarte jetzt da hätte. Ich glaube nicht, ganz ehrlich. ...dünnen und flexiblen Plastikstäbchen an. Das wirkt schon ganz anders. Die Backplate ist ebenfalls aus Kunststoff und auch das Schief aufgeklebt. Die Backplate ist aus Kunststoff? Okay, das ist jetzt nicht so geil. Okay, das ist auch nicht geil, ne. Das muss man sagen. Also das ist eine Sache, die geht nicht. Das ist ein No-Go. Das ist jetzt zwar nichts, was man großartig sieht im PC oder so. Das finde ich jetzt nicht geil. Also sowas muss gerade sein. Ehrlich. Okay, man muss jetzt auch dazu sagen, es sieht tatsächlich so in Kombination mit dem Metall hier jetzt wirklich nicht so geil aus, oder? Das Plastik hier. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Plastik ist. Ich finde eher die optische Kombination jetzt ein bisschen ungünstig. Hier hat man schön gebürstetes Metall und dann, ja. Ja, okay, er hat recht. Er hat recht. ...klebte GS hat den Gesamteindruck nicht gerade verbessert. Aber hey, im Endeffekt muss eine Grafikkarte natürlich in erster Linie ihren Dienst vollrichten und dabei nach Möglichkeit noch halbwegs vernünftig aussehen und das tut diese Karte insgesamt. Man wird sie nicht oft in der Hand haben, es ist eher ein günstigeres Custom-Design der RTX 3070, zumindest verglichen mit den meisten Konkurrenten und somit wäre das alles erstmal halb so wild. Was mich wirklich ein bisschen geschockt hat, kommt jetzt erst noch. Nach nicht mal 10 Betriebsstunden, wovon nur ein Bruchteil richtige Last war, habe ich die Karte ausgebaut, um sie für den Versand an den Gewinner sicher zu verpacken. Wir wollen ja nicht, dass sowas hier passiert und habe dabei das hier vorgefunden. Eine weißlich verfärbte und vor allem teilweise verformte Backplate... Ja, ganz ehrlich, aber wenn die Backplate jetzt wirklich aus Kunststoff ist, dann ist das doch kein Wunder. Also, ich habe, weiß ich nicht, ich habe jetzt noch nicht so viel Grafikkarten getestet, ne? Ich kriege ab und zu so alle paar Monate, kriege ich mal eine reingeschickt oder so. Aber eine Backplate aus Kunststoff? Habe ich noch nicht gehabt. Ich weiß es auch nicht, aber das sieht wirklich so ein bisschen nach Kunststoff aus. Wer macht denn eine Backplate aus Kunststoff da dran? Das ist doch völlig sinnbefreit. Okay, das sieht optisch ein bisschen schöner aus, aber das ist doch klar, das wird doch hier viel zu heiß. Verstehe ich nicht. Links von der GPU. Vielleicht habt ihr mein Bild dazu auf Instagram gesehen. Eine Kunststoff-Backplate ist nicht automatisch ein Problem. Es gibt ja durchaus Kunststoffe, die höhere Temperaturen locker... Ja, aber Kunststoff-Backplate ist nur Optik. Also, okay, viele Backplates, selbst aus Metall, sind natürlich auch nur Optik, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das Gegenteil gibt es aber auch. Sehr viele Backplates haben entsprechend noch Kühlplätze darunter, die auch die Kühlung noch so ein bisschen unterstützen. Man darf jetzt nicht irgendwelche Wunder von Backplates erwarten, aber das finde ich ja zumindest noch sinnvoll. Aber ganz ehrlich, lieber keine Backplate als eine Kunststoff-Backplate. Denn die hält die Hitze ja sogar noch so ein bisschen darunter. Die füllt sich ja so gut wie gar nicht ab. Abkönnen, aber hier stimmt offensichtlich irgendwas nicht. Was die Sache noch deutlich schlimmer macht, ist, dass diese Grafikkarte noch gar keine richtige Hitze kennengelernt hat. Sie wurde nämlich von Anfang an undervoltet, weil ich bei der Be Quiet Challenge eine möglichst geringe Lautstärke erzielen wollte. Und das hat auch die maximalen Temperaturen deutlich verringert. Über 65 Grad sind wir da sowieso nie hinausgekommen und meistens waren es eher Maximalwerte von 60 bis 62 Grad. Also für eine luftgekühlte Grafikkarte dieser Klasse sehr, sehr wenig. Selbst die Hotspot-Temperatur lag höchstens bei nicht mal 75 Grad. Als Kunde, der 800 Euro für diese Karte gezahlt hat, würde mich das auf jeden Fall maximal ankotzen. Und ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, wie sich das auf lange Sicht verhält. Oder was passiert, wenn die Karte doch mal ein paar Grad heißer wird? Also das passiert ja nicht oft. Also ich habe zum Beispiel jetzt tatsächlich noch nie irgendwelche Qualitätsprobleme bei Grafikkarten gehabt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe jetzt auch keine 100 Grafikkarten getestet in meinem Leben oder so. Aber trotz allem, alle Grafikkarten sahen nach vielen Betriebsstunden noch genauso aus wie vorher, waren irgendwie nicht billig verarbeitet, schlecht verarbeitet oder sonst was. Habe ich noch nie gehabt. Also was er da jetzt hat, das ist für mich jetzt auch selber absolute Premiere. Kenne ich nicht. Ohne Undervolting und vielleicht sogar in einem Gehäuse mit eher schlechtem Airflow, können da schnell mal 15 Grad mehr zustande kommen, sprich 75 bis 80 Grad bei der GPU. Auch die Speicher- und Spannungswandlertemperaturen würden dann ein gutes Stück höher liegen und irgendwie habe ich da Bedenken, wenn selbst jetzt schon solche Veränderungen aufgetreten sind. Ja, kann ich verstehen. Wichtig ist, dass wir hier natürlich nichts provozieren wollen. Also die Karte soll selbstverständlich nicht mutwillig zerstört werden. Darum habe ich zwar höhere, aber ausschließlich realistische Temperaturen und Belastungen zugelassen. Nach zwei Stunden Times by Extreme in Dauerschleife habe ich die Karte wieder ausgebaut und tatsächlich hat sich das Bild noch weiter verändert. Ich wollte schon sagen, das hier sieht aber viel schlimmer aus, oder? Ja, vor allen Dingen, da hat man jetzt eine Backplate, die wirklich nur für die Optik ist, für sonst gar nichts. Also nur für die Optik. Das ist eine Kunststoff-Backplate. Nur für die Optik. Und dann wird die Optik natürlich jetzt auch noch komplett versaut. Jetzt mal im Ernst, natürlich, das ist eine, in Anführungsstrichen, 800 Euro ist eine Menge Holz. Aber es ist trotzdem eine günstige L-TX 3070. Ja, klar, irgendwo muss da gespart werden. Beim Kühler wird natürlich auch gespart. Ist überhaupt keine Frage. Trotzdem, die Dinger müssen nochmal getestet werden. Es muss doch auffallen, dass sowas passiert. Und ich glaube nicht, dass das nur bei der Karte von Atelier der Fall ist. Finde ich gar nicht geil. Was insgesamt also doch zu einem unschöneren, beziehungsweise auffälligeren Ergebnis führt. Es ist gar nicht so leicht, die Beschädigung im Video richtig rüberzubringen. In der Realität sieht sie meiner Meinung nach ein gutes Stück schlimmer aus. Aber auch so dürfte klar sein, dass das einfach uncool und vor allem in dieser Preisklasse inakzeptabel ist. Weitere Auswirkungen durch noch mehr Dauerlast. Ich bin ganz ehrlich, das ist auch bei einer 100-Euro-Karte auch inakzeptabel. Die hat sich optisch einfach nicht zu verändern. Fertig aus. Ja, Ride-On-Bike-Only-ROG-Strix bin ich jetzt auch kein Fan von. Weil dafür will Asus natürlich immer einen lecker, lecker, lecker Aufpreis haben. Und die Strix-Karten, so gut sie aus sind oder so, sind mir den Aufpreis einfach nicht wert. Die Dinger sind einfach sehr teuer. Das gab es allerdings dann nicht mehr. Also das hier ist scheinbar sozusagen der Endzustand. Zumindest vorausgesetzt, dass sich auf Dauer durch die Temperaturen und das ständige Aufheizen sowie Abkühlen nicht doch noch was tut. Aber sowas kann ich hier natürlich nicht mal schnell testen. Ich habe die Backplate übrigens mal abgeschraubt, um mir anzuschauen, wie es darunter aussieht. Nicht so schön ist da schon mal die zugeklebte Schraube, die angeblich zum Garantieverlust führt, wenn man sie dreht. In Deutschland ist so ein Kleber aber, glaube ich, gar nicht mehr zulässig, beziehungsweise hat im Fall der Fälle keine Auswirkung. Ah guck, das wusste ich auch noch nicht. Nach Meinung des Oberlandesgerichtes Hamm, übrigens hier 50 Kilometer entfernt nur, kann der Käufer durchaus ein berechtigtes Interesse daran haben, bei einer während der Gewährleistungsfrist auftretenden Störung das Gerät notfalls durch Öffnen des Gehäuses zu untersuchen oder durch einen Sachkundigen Dritten feststellen zu lassen, welche Art die Störung ist und ob sie auf einem bereits bei der Übergabe des Kaufgegenstandes vorhandenen Mangel beruht, bevor er das Gerät zum Verkäufer zur Nachbesserung auswendigt. Ist ja genau das gleiche, übrigens das ist ja schon uralt, von 2000, wusste ich ja gar nicht. Ne, das ist von 2008, aber hier steht Urteil von 2000. Ist ja das gleiche wie, ist ja auch so geil, Fertig-PCs. Es gibt Fertig-PCs, das heißt PCs, die man aufrüsten kann mit Speicher und Grafikkarten ändern und so weiter. Die darfst du nicht aufmachen, weil da ein Siegel dran ist, weil die dann Garantieverlust haben. Das geht nicht. Das ist einfach Schwachsinn. Es ist einfach Schwachsinn. Ein PC muss man öffnen können. Also das hier, ich weiß jetzt nicht, ob das, also meiner Meinung nach geht das schon ein bisschen zu weit. ein Laie an eine Grafikkarte gehen oder so. Okay, hier steht, glaube ich, warte mal eben, von einem Sachkundigen drinnen feststellen zu lassen. Ja, sachkundig, klar. Ne, aber natürlich sollte jetzt keiner, der keine Ahnung hat, an der Grafikkarte rum vorwirken. Also ich bin schon der Meinung, dass ein Laie die Finger davon lassen sollte. Ganz ehrlich. Also das Urteil bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Sagen wir es mal so. Auf den Garantiestatus. Wir werden es sehen, denn ich möchte diese Karte auf jeden Fall mal beim Hersteller bzw. Shop reklamieren. Das ganze Ding besteht aus super dünnem... Boah, wie schlimm sieht das denn aus? Nein, geht gar nicht. Also geht überhaupt nicht. ...sowie flexiblen Plastik und dann wurde auch klarer, wieso es ausgerechnet in diesem Bereich so aussieht, wie es eben aussieht. Die sowieso schon dünne Backplate ist hier teilweise nochmal ausgespart, um keinen Kontakt zu den Bauteilen auf der Platine zu kriegen. Entsprechend haben wir hier eine sehr geringe Materialdicke und vor allem diese Übergänge begünstigen scheinbar die Verformungen. Moment, der Luca schreibt gerade in dem Urteil geht es um die gesetzliche Gewährleistung, nicht um die freiwillige Garantie. Warte mal. Ja, okay, Gewährleistung. Ja, ja, er hat recht. Er hat recht. Um Gewährleistung geht es, nicht um Garantie, ne? Also Vorsicht. Verformungen. Und ich sag trotzdem weiter Tuff. Man muss aber auch natürlich immer dazu sagen, bei den Custom-Modellen, bezahlt man natürlich auch immer ordentlich drauf. Richtig stabil. Der umlaufende Rahmen ist zwar aus Kunststoff, aber dafür sehr hochwertig ausgeführt und mit so einigen Metallapplikationen ausgestattet. Das einzig unschöne Plastik sind hier die zahlreichen Schutzfolien, die in dem Umfang meiner Meinung nach definitiv unnötig sind. Das soll keine Werbeveranstaltung für Asus werden, aber ich finde einfach, dass das ein gutes Beispiel für eine positive Entwicklung ist. Und daher habe ich wegen unserem Fall auch mal Kontakt zu Asus aufgenommen, aber dazu gleich mehr. Das hier, naja, ist offensichtlich maximal ein gutes Beispiel für Sparen an der falschen Stelle. Rainward hat in der Vergangenheit auf jeden Fall hochwertigere Karten bzw. allgemein hochwertigere Produkte gebaut und das hier ist einfach schade und ein großer Fail. Ich hatte gehofft, dass das bei mir ein Einzelfall ist, aber wenn der Hersteller die Backplate in den letzten Wochen nicht zufällig überarbeitet hat, wird das wohl bei so einigen 3070 Phoenix GS passiert. Irgendwie, ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist. Beim besten Willen nicht. Man müsste jetzt halt mal so ein bisschen rumfragen, ne, bei Phoenix Besitzern, also bei Genward nachfragen, das bringt wohl wenig. Bei Genward würde sagen, nö, das ist, nein, das ist jetzt ein Einzelfall, das ist bisher noch nie passiert. Aber, äh, wie viele Karten werden davon verkauft? Wie erreicht man die Käufer? Das ist halt schwierig, ne? ...passieren und tatsächlich hat sich nach meinem Instagram-Post auch schon ein Zuschauer mit dem identischen Problem gemeldet. Ja, guck. Ja, da haben wir doch genau das richtige Ergebnis. ...meldet. Falls ihr so eine Karte habt, schaut auf jeden Fall mal nach und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Da bin ich gespannt. Wie am Anfang gesagt, sind diese PCs verlost worden und mein Rechner muss also in ein paar Tagen an den entsprechenden Gewinner geschickt werden. Dafür fand ich den nicht optimalen Zustand der Grafikkarte generell schon nicht so schön und jetzt musste der gute Philipp auch noch ein paar Tage länger warten, weil ich gerne dieses Video hier machen wollte. Daher habe ich mit Asus gesprochen, ob wir da vielleicht irgendwas machen können. Das Mainboard in diesem PC ist ja zum Beispiel ebenfalls von Asus und tatsächlich ging da was. Der Gewinner bekommt nämlich von uns direkten Ersatz und das sogar in Form eines Upgrades. Wir haben hier nicht nur eine RTX 3070 Strix, was ja auch schon eine ordentliche Steigerung gewesen wäre, sondern sogar das TI-Modell. Somit bekommt Philipp also ein gutes Stück mehr Leistung und eine schickere sowie hochwertigere Grafikkarte, die zudem noch super zum... Ja, das ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache von Asus, muss man sagen. Aber natürlich, ja, Asus wird erwähnt und ist natürlich auch wieder eine wunderschöne Werbung für Asus. ...verbauten Boardpass. Ich hoffe, er freut sich drüber und diesen PC werde ich nun auch direkt versandfertig machen. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen und ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung zu der ganzen Qualitätssache ist und ob ihr vielleicht selbst schon negative Erfahrungen gemacht habt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Macht es gut, Leute. Bis... Nein, ich habe noch keine negative Erfahrungen gemacht. Also sowas ist mir völlig neu. Ist der Tom noch da? Tom wird ja immer ganz gerne eingebunden, gerade bei solchen Sachen oder so. Du, ich weiß nicht, okay, du arbeitest jetzt zwar nicht im Vertrieb, aber gibt es bei Case King, hat man da mal solche Reklamationen in diesen, in solchen Bereichen? Du musst ja jetzt keine Marke nennen oder sowas. Oder du musst von mir aus auch gar nichts sagen. Wenn du was sagen willst, ist in Ordnung, würde ich mich freuen. Also Tom kennt sowas. Er schreibt auch, ja klar. Also ich habe es noch nie erlebt. Ehrlich nicht. Ich habe ja schon viele Karten verbaut, nicht unbedingt alle immer durchgetestet oder so. Aber sowas jetzt habe ich noch nicht gesehen. Finde ich ganz, 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 ganz traurig. Ist nicht so neu für mich, schreibt der Tom. Alles klar. Jetzt schon länger irgendwie oder er ist bei bestimmten neueren Modellen oder so. Aber egal. So, das war es jedenfalls mit IT-Rate. Achso, Moment. Ne, ein Like habe ich ja da gelassen. Und ja, falls euch das Ganze gefallen hat, so seine Art, sein Video oder so, guckt bei IT-Rate natürlich gerne mal vorbei. Lasst ein Abo da, Likes bei seinen Videos. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er wieder ein paar mehr Klicks macht. Aktiv ist er ja offensichtlich, sonst hätte er das Video nicht gemacht. Aber so ein Video muss doch eigentlich laufen, ne. Das ist also so Reklamationsvideos bzw. Videos, wo so ein bisschen schlechte Sachen erzählt werden, die rennen eigentlich immer relativ gut. Von daher hoffe ich, dass das Video noch ein paar mehr Klicks bekommt. So, der Tom, der schreibt gerade noch ähnliche Probleme auch schon bei älteren Generationen. Auf jeden Fall, danke für diese Information. Ist mir jedenfalls völlig neu. So, ich verabschiede mich aber jedenfalls bei das Monty Uncard.